Nächste ist Joanna Bodak aus Polen, die sich auch schon einige Zeit in der Weltklasse befindet. Gestern sechste im Mehrkampf, achte der Weltmeisterschaften. Die Weltmeisterschaften. Jetzt haben wir ein solches Umarangrollen, ein sehr langes Rollen ist gefordert für eine Reifenübung, das haben alle Gymnastinnen. Die Schwierigkeit. Auch dreifach volle. Die Wertung für Maria Petrova. A-Note 675. Joanna Bodak hält sich, wie erwähnt, ja schon seit einiger Zeit in der Weltklasse. In Zukunft allerdings wird es für sie noch schwieriger werden, wenn die verschiedenen Republiken der ehemaligen Sowjetunion jeweils mit zwei oder drei starken Gymnastinnen antreten. Und das gilt natürlich für alle anderen, auch für die deutschen Gymnastinnen, dann ins vordere Feld zu gelangen. Die Wertung ist da. 9,45. Im Augenblick Platz 4.